Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Review vom Tele-Stammtisch zusammen mit mir, Britt-Marie und mit Sven. Sven, hallo. Hallo. Ich habe gerade gezögert, weil ich habe dich hier nur aus Socke stehen. Ich dachte, die Socke kannst du nicht sagen. Nee, das kann ich nicht. Sven, du bist ins tiefe Wasser geworfen worden oder ins kalte Wasser oder wie man das immer so schön sagen möchte. Denn wir sprechen heute über die Spin-Off-Serie Queen Charlotte, eine Bridgerton-Story. Und Bridgerton ist ja normalerweise nicht so dein Genre. Äh, nein. Aber wir haben zusammen an einem Quiz teilgenommen, wo wir ein Team, ein gemeinsames Team für Budgeten gebildet haben. Und da bist du mehr oder minder reingezwungen worden. Und als, ja, stehenden Karlauer sozusagen bist du jetzt auch in die Besprechung zur Spin-Off-Serie reingezwungen worden. Und ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Denn ich repräsentiere die, oh mein Gott, ich liebe Bridgerton-Drama und Period-Peace-Drama-Seite. Und du repräsentierst mehr so die, naja, wenn ich muss, dann gucke ich halt Seite, oder? Ja, also sie haben es ganz geschickt gemacht. Also nicht gezwungen, aber man hat an meiner Ehre gekratzt und dann dachte ich, wisst ihr was, jetzt gucke ich mal so an. Ja, also wie gesagt, es geht um Queen Charlotte, A Bridgerton-Story, was am 4. Mai auf Netflix angelaufen ist. Es ist, ich habe es schon gesagt, eine Spin-Off-Serie zur eigentlichen Serie Bridgerton, die ja aus der Feder und dem Kopf von Shonda Rhimes stammt. Die eben so Serien gemacht hat, wie How to Get Away with Murder oder natürlich ganz prominent Grey's Anatomy. Und sie ist auch der treibende Kopf natürlich jetzt hinter dieser Spin-Off-Geschichte, die, wie der Titel schon sagt, die Geschichte von Queen Charlotte erzählt, die ja eine prominente Figur auch in der Bridgerton-Serie ist. Und man war eben neugierig darauf, ja, was es in dieser Geschichte von Queen Charlotte noch alles zu erforschen geht. Gibt, geht und gibt. Und das ist das, worum im Grunde diese Serie jetzt auch geht. Man kann es, glaube ich, kurz zusammenfassen mit, es ist die Lebens- und Liebesgeschichte von Queen Charlotte, beziehungsweise Queen Charlotte und King George. Das Ganze hat sechs Folgen, ist also etwas kürzer, als wir das von den normalen Bridgerton-Serien kennen. Die je Folge ungefähr eine Stunde, wobei das große Finale 90 Minuten hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich so in der Story drinne war, bis du gesagt hast, oh Gott, das Ding hat ja 90 Minuten am Ende. Und ich dachte so, oh Gott, der Arme. Mir fiel es direkt auf. Ich habe nämlich bei der fünften Folge Pause gemacht, also nachdem die vorbei war, um mich wieder zu erden. Und habe dann gedacht, ah, noch eine Folge, okay, das hältst du noch durch. Und dann sehe ich, verdammt, das Ding geht 90 Minuten. Das ist eine Doppelfolge. Ja, naja, gut. Regie fand ich übrigens noch ganz spannend, hat durchweg Tom Rieker geführt. Und den kannte ich tatsächlich nur als Schauspieler. Ich wusste gar nicht, dass der schon so viele Regie-Kredits quasi auf seinem Konto hatte. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt. Also das ist jetzt wohl die 29. Regiearbeit, die er gemacht hat schon. Und da dachte ich, ach, guck einer an. Ich habe ja schon gesagt, worum es in der Serie eigentlich geht. Magst du ein bisschen zusammenfassen, beziehungsweise uns erzählen, wie du das Ganze aufgefasst hast? Puh, hm. Also man muss sagen, ich wurde teilweise ganz gut unterhalten. Es gibt aber einige Sachen, da fehlt mir einfach das Fable für. Das ist, glaube ich, wirklich so. Ich finde, die Kostüme sind super. Es ist ein sehr geiles Setting. Es sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, also sehr, sehr hoher Produktionswert an sich. Und ich stehe halt auch auf. Also ich muss es wirklich sagen, da ist meine softe Seite zum Vorschein gekommen. Ich mag halt auch so diese Cottages und sowas. Das finde ich echt schön. Das finde ich wirklich was, das gefällt mir. Auch wenn es jetzt da eher an die prunkvolleren Paläste und so geht mit den schönen Gärten außenrum. Aber das ist was, da gucke ich tatsächlich hin und denke, das sieht schick aus. Das würde mir auch gefallen. Aber so zwischendrin zieht sich es doch schon etwas wie Kaugummi. Ich glaube, das große Grundthema der Serie ist ja Liebe. Und es geht ja im Grunde tatsächlich um diese Liebesgeschichte zwischen Charlotte und George, die ja eigentlich eine Vernunft-Ehe eingehen und dann sich lieben lernen. Was sich ja sehr nach generell Putschatten anhört. Also es ist so ein durchgehender Trope, ein durchgehendes Thema. Und es ist natürlich insofern auch sehr spannend, weil hier mehrere Elemente mit reinkommen. Klar ist auch Queen Charlotte alles andere als historisch korrekt. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die historisch korrekt sind, aber vieles ist auch einfach wirklich nicht realistisch. Nichtsdestotrotz ein Aspekt, der hier auch reinkommt, ist natürlich, dass Queen Charlotte schwarz ist und King George weiß. Also dass du auch ständig dieses Spiel zwischen schwarz und weiß hast im Sinne von und auch rassistische Themen und so weiter behandelt werden. Also das fand ich eigentlich einen sehr spannenden Aspekt, dass die Ehe zwischen den beiden gesehen wird als auch Verschmelzung zwischen den weißen Adeligen und den schwarzen Adeligen, die normalerweise ja eigentlich in der Society nicht so wahnsinnig viel zu sagen haben. Zumindest nicht in der Hof-Society. Aber es hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Also Sie sagen ja, das ist im Rahmen des großen Experiments und allem hier und da. Aber ich dachte tatsächlich, dass gerade so dieses Thema bei Bridgerton raus ist. Es pendelt so ein bisschen hin und her. Also man hat ursprünglich gesagt, dass Bridgerton beziehungsweise in dieser Bridgerton-Welt, in der sich ja auch Queen Charlotte bewegt, alles farbenblind sein sollte. Aber gerade in Bezug auf Queen Charlotte wurde es ja explizit zu einem Thema gemacht. Und ich glaube, wenn es zu einem expliziten Thema gemacht wird, dann kann man darüber reden. Und in dem Fall ist es ja so, dass Queen Charlotte das Paradebeispiel darstellt für eine schwarze, in dem Fall sogar auch noch Frau, die in einer Gesellschaft, wo man normalerweise als Schwarze und als Frau eben keine Macht hat, doch eine exzeptionelle, machtvolle Position ausübt. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach auch zu einem Thema gemacht worden. Aber es ist natürlich jetzt wirklich alles andere als realistisch. Also so richtig krass rassistisch ist es jetzt nicht, finde ich. Nein, also es sind schon so ein paar Spitzen drin. Aber was mich dann halt an der ganzen Story so ein bisschen gewundert hat, ist, dass ja Charlotte und ihr Bruder, die kommen ja aus Deutschland. Und da scheint man anscheinend mit farbigen, im höher gestellten Positionen ja keine Probleme zu haben. Das ist eine von den historisch nicht korrekt, doch du hast recht, aber das ist eine von den historisch nicht korrekt Varianten. Ja, nee, ist schon klar. Also das wird so dargestellt, aber das stimmt halt natürlich nicht. Ja, nein, das mit der Realität, das nichts zu tun hat, das ist mir schon bewusst. Aber das hat mich so ein bisschen gedacht, okay gut, in Deutschland ist es in Ordnung. Aber hier bezeichnen die das als großes Experiment. Und das ist so ein Thema, da finde ich, gehen sie mir auch zu wenig ins Detail. Das ist so mit eins der Kriterien, wo ich gedacht habe, ihr habt wirklich sehr gute Ansätze, die das Ganze für mich auch interessanter gemacht hätten. Aber das ertränkt ihr dann in Getanze und Folge 3 besteht nur aus Sex. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe das mitkommentiert auf Twitter und mein Tweet zu Folge 3 war, ah, Folge 3 ist die Sex-Folge. Wir haben drauf gewartet, welche der Folgen wird es werden. Ich war wirklich da gesessen und dachte, okay, Folge 3 kannst du eigentlich direkt streichen, weil sie eigentlich wirklich nichts hat. Also brauchst dich keiner über Game of Thrones aufregen. Naja, also so explizit war es jetzt nicht. Naja, bei Game of Thrones ist es jetzt auch nicht so mega explizit. Ja, okay, aber trotzdem, Folge 3, Sex. Ja, naja, also es ist ja so, Britain spielt ja natürlich in einer fiktiven Welt, die aber lose auf Großbritannien basiert. Weil da natürlich so Regency Area, Jane Austen, so als Stichworte, natürlich daran ist das Ganze angelehnt. Und ja, Großbritannien heißt halt auch Commonwealth. Und Commonwealth bedeutet eben auch Länder, in denen eben es Sklaverei gibt, in denen aber schwarze Bevölkerung eben auch die Majorität darstellt. Und die eben dann so auch nach Großbritannien gekommen sind, beziehungsweise in dem Fall deshalb natürlich auch in der Bridgetton Society eine Rolle spielen. Und vielleicht auch eben solche Positionen einnehmen. Nämlich glaube, die Danburys-Familie kommt ja aus Sierra Leone, also da auch zum Beispiel entsprechend die Anknüpfung. Es ist so, ja, dieser rassistische Aspekt, der behandelt wird, oder dieser Aspekt zwischen Schwarz und Weiß und gesellschaftliche Kluften und soziale Unterschiede etc. 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 Das spielt eine Rolle, aber es spielt halt nicht die Hauptrolle, finde ich. Sondern die Hauptrolle ist tatsächlich so diese, die Liebe. Und damit natürlich auch die Liebe, die alles überbrückt, sogar soziale Klüfte. So vielleicht kann man das, denke ich. Dafür ist es, glaube ich, mit reingebracht worden. Dass einfach gezeigt wird, wie viel die reine Liebe überwinden kann. Und es klingt sehr kitschig und ja, es ist auch sehr kitschig. Es ist schon so. Gleichzeitig, ja. Ist schon, also das ist halt auch was, was ich mir aufgeschrieben habe. Sie machen da nicht so viel draus. Also, ja, George hat sein Geheimnis, was er da mit sich trägt. Also für die ganzen Bridgetton-Fans ist das natürlich kein Geheimnis. Aber für mich war es das, wo ich gedacht habe, okay, was hat er denn jetzt? Oder was ist mit dem los? Ich wollte nämlich gerade sagen, wir können hier eigentlich spoilern, weil ich vermute mal, die Leute, die diesen Cast sich anhören, die haben Bridgetton schon gesehen. Weil man würde doch wahrscheinlich keine Spin-off-Serie von etwas sehen, was man nicht kennt. Und wenn man Bridgetton schon gesehen hat, dann weiß man im Grunde ja auch, wie die Story zwischen George und Charlotte in der Zukunft aussieht. Okay. Also, er ist ja krank. Aber es wird, und er separiert sich ja immer wieder, um sie zu schützen. Was ich ja auch erst dann in Folge 4 so wirklich gerafft habe. Ja, also geistig ist er irgendwie krank. Und das ist halt schade, weil ich habe mir so gedacht, das wäre für mich ein spannenderer Aspekt gewesen, wenn man sagt, okay, man guckt das mit diesem Erzählstrang ein bisschen mehr intensiviert, weil sie rücken immer wieder davon ab und erzählen dann immer wieder Flashbacks und hier und dann gibt es noch ein bisschen Fast-Forward. Und das kam mir so vor wie, ja, wir haben nicht so viel zu erzählen, deswegen füllen wir das da mit. Also, es gab viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, das hätte da, also, in meinen Augen, das hätte da euch sparen können, sondern eher auf die Beziehung zwischen beide und wie sie das Ganze handeln, um dieses Königreich doch noch zufriedenzustellen und beisammen zu halten. Das hätte man auch noch mit ein paar mehr Intrigen und so, hätte man das Ganze vielleicht ein bisschen spannender gemacht. Dann wäre ich zwischendrin nicht so gestraft gewesen. Das hört sich jetzt böse an, aber zwischendrin habe ich echt gedacht, oh, bitte nicht. Ja, weil es eine klassische Liebesgeschichte halt einfach ist. Und alle Obstacles sozusagen, alles, was ihnen in den Weg geworfen wird an Problemen, eben auch die Tatsache, dass sie zusammen ein Königreich irgendwie leiten müssen, all das wird sozusagen durch die gemeinsame Liebe zueinander überbrückt. Und wir wissen ja, und das ist ja das Tragische an der Geschichte, wir wissen ja, dass Charlotte im Grunde in der Zukunft am Ende alleine herrscht. Denn George ist nirgends zu sehen. Und wenn er zu sehen ist, dann ist er so in sich und seiner eigenen Welt gefangen, dass er eben die Realität gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und ja, und das ist natürlich, das an sich ist schon tragisch, aber das eben im Hintergrund auch zu dieser Liebesgeschichte ist halt enorm tragisch. Und es gibt so ein paar Themen, finde ich, die sich hier durchziehen. Ja, die Liebesgeschichte steckt im Kern, aber du hast dann immer wieder Dinge, Dinge, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel die Darstellung von verschiedenen Frauentypen. Und ja, das Ganze spielt natürlich in einer fiktiven Welt und in einer oberen Gesellschaft. Also wir haben hier keine realistische Darstellung von zum Beispiel der normalen Arbeiterfrau. Aber nichtsdestotrotz werden dir verschiedene Frauentypen gezeigt und wie sie mit ihrem Schicksal umgehen und der Tatsache, dass sie eben eine Frau zu dieser Zeit an diesem Ort in dieser Gesellschaft sind. Da haben wir eben Charlotte, klar, die ganz klassisch eben mit ihrem Schicksal hadert und in eine Zwangsehe im Grunde verkauft wird. Dann haben wir Lady Danbury und auch Lady Bridgerton, die beide hier auch nochmal eine Rolle spielen. Das fand ich sehr schön, dass die hier auch mit reingekommen sind. Das sind eben die drei, ich sag jetzt mal, großen alten Damen aus Bridgerton. Und die werden in Charlotte natürlich jetzt, weil das Ganze ja eine Serie ist, die zeitlich vor Bridgerton spielt, zu einer Zeit, wo eben Charlotte und auch Lady Danbury und Lady Violet Bridgerton jung sind, die werden eben auch in Jung dargestellt. Und es wird gezeigt, wie sie zu den Personen geworden sind, die sie eben dann in Bridgerton verkörpert haben. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und es sind auch, ja. Achso, weiter, ja, noch weiter, Entschuldigung. Nee, nee, Punkt, Punkt. Also die Darsteller haben mir alle gut gefallen. Es gab tatsächlich nichts, wo ich irgendwie gedacht habe. Also sie machen ihre Sache wirklich top. Die sind auch mit Spaß dabei, die führen auch diese an Hof gebräuchlichen Tänze und sonst was. Und alles super. Also wirklich, wo ich gedacht habe, nee, guck mal, da ist auch wieder alles. Da haben sie echt ein Gespür für, zumindest in der Serie, was ich gesehen habe. Da gab es überhaupt nichts, was mir missfallen hat. Wer mir aber am besten gefallen hat, waren tatsächlich die beiden, in Anführungsstrichen, Nebencharaktere von Brimsley und Reynolds. Die fand ich sehr ... Die beiden Kammerdiener, jeweils vom König und von der Königin. Genau. Die fand ich sehr cool. Die haben aber halt auch so ... Da hätten wir auch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Aber ich weiß, ja, es geht um Liebe und so. Und nicht dieses Intrigen-Dingsbums. Aber da ist ... Na, die beiden haben halt in der Serie eine Beziehung tatsächlich miteinander, die sie geheim halten müssen, weil sie natürlich schwul sind. Zu dieser Zeit steht es ja auch eine Todesstrafe. Also das kann man nicht öffentlich leben, natürlich. Und gleichzeitig sind das beides Figuren, die alles ihrer Pflicht als Kammerdiener unterstellen. Das heißt, sie sind da, um dem König, respektive der Königin zu dienen und alles andere daneben ist eigentlich unwichtig. Was ist denn eigentlich ... Jetzt mal eine kurze Frage. Also ich hab's mir am Ende gedacht und das fand ich auch ... Also das Ende ist sowieso sehr traurig, muss ich sagen. Da war mir schon ein kleiner Kloß im Hals. Aber was ist denn aus Reynolds geworden? Ist ja gestorben, ne? Das weiß man. Na, das weiß man nicht. Weil am Schluss ... Bleibt völlig offen. Weil Brimsley tanzt ja alleine am Schluss. Ich mein ... Ja, das weiß man nicht. Sie frägt ihn ... Also die ... Sie frägt ihn zwar, aber ... Klar, wenn das ja damals verboten war, dann kannst du ja nicht sagen, ach, naja, gut, ich bin schwul. Aber sie hat ja auch gesagt, gab's niemanden, gibt's niemanden? Und sagt er, nein, fertig. Also da dachte ich mir noch, okay. Man weiß es nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er tot ist, ist relativ hoch. Das ist, glaube ich, der Standard, was man so in so Serien einfach immer bekommt. Wenn eine Figur von Zeit A zu Zeit B nicht mehr da ist, dann ist sie meistens tot. Auf der anderen Seite könnte ich mir hier aber auch andere Dinge vorstellen. Also es kann ja alles Mögliche passiert sein, was weitaus tragischer wäre als der Tod. Ich denke, wenn es tatsächlich noch eine zweite Season von Queen Charlotte geben sollte, dann werden wir das vielleicht erfahren. Aber wir wissen es nicht. Das wird tatsächlich offengelassen. Übrigens wollte ich hier noch erwähnen, weil du gesagt hast, dir haben die Schauspieler so gut gefallen. Gerade die jungen Schauspieler, wir haben ja jeweils eine junge Version von Queen Charlotte und eine ältere, beziehungsweise eine junge Version von Lady Danbury und von Lady Bridgetton und entsprechend dann die alte, die wir ja aus Bridgetton selber kennen. Und gerade die jungen Schauspieler hier sind fast alles noch, ich hätte jetzt, also alles noch sehr, ja, unerfahren kann man nicht sagen, aber es sind neue Gesichter. Also die haben zwar schon ein paar Credits und haben auch schon hier und da in der einen oder anderen Serie oder in dem einen oder anderen Film mitgemacht, aber die meisten davon sind wirklich ganz, ganz frisch. Und das gefällt mir auch sehr gut, weil du hier wirklich mal neue Gesichter zu Gesicht bekommst und die spielen einfach durch die Bank wirkt super. India Amatefio, die die junge Queen Charlotte spielt, liebe ich sehr. Die, ich finde die so großartig. Die ist auch in Interviews, habe ich die auch mehrfach jetzt schon gesehen, die ist einfach, die ist einfach nur süß. Und die Schauspielerin, die Lady Danbury in Jung spielt, Azema Thomas, ich finde, die ist für mich so wirklich ein Standout-Part. Also die ist wirklich richtig, richtig gut. Ja. Die hat mir so viel Spaß gemacht. Und wer tatsächlich, ich glaube, nur zwei Schauspiel-Credits bisher überhaupt in seinem Leben hat, das ist der Schauspieler, der den jungen König George spielt, nämlich Curry My Age Crest, glaube ich, wird da ausgesprochen. Und der ist wirklich noch völlig, völlig neu auf den Bildschirmen da draußen. Und ich glaube, jetzt werden sich alle schlagratig ihn verlieben. Er hat ja so ein bisschen schon so diesen Hardthrope-Look, auch wenn er jemand spielt, der geistig verwirrt ist. Aber also dadurch, dass er wirklich so, ja, so ein, am Anfang seiner Karriere steht, hat er das schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe ihm alles abgenommen, auch die Stuhlszenen und das war top. Ja, ja. Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wenn man mit dem Genre Period Piece und einer schönen Liebesgeschichte, ohne jetzt groß zu hinterfragen, zurechtkommt, also wenn man sowas mag, dann ist es auf jeden Fall was für ihn. Für ihn ist es gut. Dann ist es auf jeden Fall was für einen. Und ich muss ja sagen, dass ich persönlich im Vergleich jetzt, wenn ich mir die zwei Staffeln Butcherten anschaue, die es gegeben hat und eben diese Spin-Off-Serie von Queen Charlotte sehe, dass ich im Vergleich tatsächlich Queen Charlotte starker finde als die Butcherten-Serie. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, ja. Aber... Das ist eine harsche These, weil alle Butcherten-Fans so, nein, normalerweise sollte das Spin-Off ja nicht besser sein. Aber mir gefällt es tatsächlich besser. Und es liegt tatsächlich in erster Linie an den herausragenden Schauspielern, die ihre Rolle wirklich also auf den Punkt treffen. Ich kann es als Vergleich erzählen, weil ich die Originalserie halt nicht gesehen habe. Aber das Schauspiel, wie ich auch schon gesagt habe, das ist wirklich sehr, sehr gut. Da kann man, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Kannst du denn, also nachdem du das ja jetzt gut, es gab Stellen, die waren für dich ein bisschen langatmig und nicht ganz so unterhaltsam, aber würdest du denn die Serie grundsätzlich weiterempfehlen? Och, tatsächlich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich würde stellenweise wirklich gut unterhalten, aber ich glaube da tatsächlich, das mag sich jetzt böse anhören, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Frauending. Wie John Wick ein Männerding ist. Aber, meistens. Aber, meine Frage dazu, guckst du denn zum Beispiel auch ab und zu mal Rom-Coms, also jetzt das Genre? Ja, kommt drauf an. Ja, natürlich, es gibt auch ein paar Komödie. Ja, natürlich, aber dieser, dieser Aufbau der, der Serie, finde ich, da liegt der Augen, ja, natürlich finde ich auch die Kostüme, Respekt an die Designer und so weiter und so fort, alles super, aber woran sich da andere wahrscheinlich nicht satt sehen können und sagen, ach, ich will mehr und noch mehr Prunk und ich weiß es nicht. Ja, es ist ein Schubladendenken, das stimmt schon und ich breche da auch gerne mal aus, aber also mir geht es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, gut, jetzt muss ich mir die anderen zwei Staffeln Bridgerton noch reinziehen. Wenn sie jetzt sagen würden, zweite Staffel, Charlotte, dann weiß ich nicht, also reingucken würde ich tatsächlich mal, muss ich zugeben, ja, ja, okay, gut, okay, lassen wir die Schublade mal offen. Aber ob ich sie jetzt bei uns weiterempfehlen würde, ich, jein, also wenn mich jemand fragt und sagt, wie fandst du es, sagst du, die ist nicht schlecht, aber sie hat ihre Schwächen, weiß halt nicht, ob es dann halt für die Leute was ist, müssen sie selber entscheiden. Aber runter machen tue ich sie nicht. Also ich denke, man kann vielleicht zusammenfassend wirklich sagen, wenn man sowieso ein Genres wie Period Pieces und Regency Drama und auch einfach eine schöne Liebesgeschichte, wenn man sowas mag, dann ist man bei Bridgerton, bei der, bei Queen Charlotte eine Bridgerton Story, denke ich, auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. und man muss halt die historisch korrekte Korrektheit einfach übersehen. Die ist quasi nicht vorhanden. Und für alle anderen, glaube ich, kann es tatsächlich unterhaltsam sein. Man muss vielleicht hier und da mal ein bisschen ein Auge zumachen und mal kurz übersehen, das eine oder andere, was vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte. Aber grundsätzlich, denke ich, kann ich hier auf jeden Fall eine klare Empfehlung aussprechen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du es gesehen hast. Danke. Das ist die Abbitte sozusagen für meinen Versagen. Alles gut. Wunderbar. Dann soll es das gewesen sein, ihr Lieben. Wie gesagt, eine Empfehlung oder eine halbe Empfehlung. Ich glaube, damit verabschieden wir uns, können wir uns doch gut verabschieden. Und hören uns dann bei nächster Gelegenheit wieder. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.